Jo Leute, was geht ab? Ich bin Sammy wieder auf meinem Kanal. Heute mal Teil 2 und wir haben schon Teil 1 gemacht, check ihn gerne aus. Also ich wollte mal gucken, denn ich habe ja einen Autopass und eine Garage und so weiter, also gehe ich mal zum Kaufen und Verkaufen. Autopass. Oh, hier sind ja schon meine Autos. Ey, das sieht heftig aus, dieses Auto. Dieses Auto will ich. Müsst du dieses Auto ansehen? Nein, ich will es herunterladen. Wie geht das? Also Leute, ich brauche auf jeden Fall hier Profis am Start, die sollen mir erklären, wie das auf jeden Fall geht. Gratis-Auto einlösen. Die folgenden Gratis-Auto werden deinen Fuhrpark... Okay. Bam. Fazit. Fuhrpark, dann müssen die hier sein. Hey, Mi Amigo. Das sind alle Autos, die du je hattest. Aber ein paar Lücken hat deine Sammlung schon. Dagegen solltest du was tun. Oh ja, gefällt mir. Er hat ja noch zwei weitere Alpen. Wie geht das? Oh, krass. Gehen wir mal hier raus. Ich suche mal jetzt ein krasses Auto. Willkommen zur Automesse. Sieh dich ruhig um und sag Bescheid, wenn du was brauchst, ja? Nein, ich will das nicht. Das ist schon krass. Aber ich habe woanders geklickt. Kann das sein? Muss zum Auto passen. So, schon ein geiles Auto aussuchen. Okay, hier geht es nicht weiter. Krass Autos. Sehr krasse. Okay, also ich behalte erst fürs Erste einmal mein Auto, den ich ausgewählt habe. Und zwar, oh, jetzt bin ich wieder hier drin. Alles kompliziert. Also hier, Upgrade und Tuning. Das sind meine Autos. Bisher, Leute, bisher. Also wie gesagt, mir Tipps und Tricks. Schreibt die gerne in die Kommentare. Willst du deinen Wagen verbessern? Dann bist du hier richtig. Komm, ich zeig dir alles. Äh, meine Tuning-Einstellung. So, nochmal hier rein. Ich habe, glaube ich, noch nichts freigeschaltet. Kann das sein? Teile für deinen Motor? Hier. Ähm. Was machen wir mal, ne? Aber. Äh, Unschalten, Kaufen und Mut. Wie viel kostet das denn? Wo steht? Ah, 2200. Ne, dafür habe ich kein Geld. Also, egal, Leute. Fangen wir direkt an. Ich behalte, äh, fürs Erste dieses Auto hier. Denn das ist auch sehr krass. Meine Festival. Wie kann ich weiter starten? Mit diesen... Ich will weiterspielen. Ich will weiterspielen. Ich will weiterspielen. Ich will weiterspielen. Oh, eine Sekunde, Leute. Das ist mir ein bisschen zu laut. Oh, mein Auto. Ich will weiterspielen. Ah, ich will mal einmal so fahren. Also, Leute, ich habe eine Überraschung für euch. Also, ich werde Videos machen mit etwas, was mit Autos zu tun hat. Also, äh, ihr könnt in den Kommentaren raten, was es sein könnte. Okay, ich muss diese Leute machen, um Geld zu kriegen. Denn ich habe nichts. Nichts, Leute. Wirklich nichts. Bam. Bam. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Oh, danke, Navi. Ich habe ein Navi. Wie krass ist das denn? Bei 400 Metern war ich so locker angekommen. Nein. Krass. Angekommen. Aber es geht hier ab. Noch einmal. Es war gerade ein sehr schnelles Auto. Ich bin nicht ganz sicher, was dein nächster Gegner im Schaurenn vorhat. Im Laderaum dieses Transportflugzeugs warten wohl ein paar Überraschungen auf dich. Ich bin nicht ganz sicher, was dein nächster Gegner im Schaurenn vorhat. Scott Tyler sendet live aus einem Flugzeug. Oh, ich bin aufgeregt zu reisen. Diesmal setzen wir alles auf diesen Superstar. Los geht's! Äh, Pilot, da ist ein Tempel auf deiner Landebahn. Ein Tempel! Bam. Durch. Oh. Oh, krass, die Luft. Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass, oh krass. Oh, krass. Oh. Oh, krass. Ich muss mich konzentrieren. Dieses Spiel ist einfach anders krankend. Also ihr wisst nicht, das sieht einfach so geil aus, also ich hoffe, ich beschreibe mich, das sieht einfach zu krank aus. Wie sieht es schon aus? Schon bei Gang 7. Ah, ich muss... Oh, habt ihr diesen Luft gesehen? Ah, da kommt ein Pferd. Touchdown! Los, Motorradteam! Das nenne ich Rennhorizon. Superstar-Fahrer gegen waghalsige Biker. Für wen seid ihr? Rutsch. Ey, betreibt, er springt da rüber. Mach den Backlick. Weg damit! Ich überhole dich. Bam! Oh, oh mein Gott! 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 Ich zieh' beiden nun gegen mich. So, guck mal. Ist dein Biker verschwinden? Die sind einfach zu schnell. Ich hab das nicht. Ich fahr' hier nur 190. Ich hab gedriftet zum ersten Mal. Und jetzt muss ich wieder... Banken. 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 200! 210. Ich muss sehen, was da... Oh! 280! Und dieser grünen Schnabel gibt nicht auf! Oh! Banken. 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 Für ein Rennen. Das war unglaublich. Im Namen von Horizon kannst du das Auto als Dankeschön behalten. Dankeschön. Dankeschön. Dank euch. Und hier sind die ersten XP. Let's go. Im ersten Platz verbraucht Zeit. Das Spiel ist so interessant, Leute. Da bin ich. Das ganze Festival redet über dich und die Hälfte hat mir Nachrichten hinterlassen. Triff mich unten beim Festival, dann gehen wir ein paar davon durch und besprechen, was du als nächstes tun willst. Das ist dein Team, was da? Abgemacht. Danke, Hayley. Bis bald. Die nehmen Freunde aus meiner Freundesliste als Schmarrmann. Krass. Ich hab meinen ersten Stern, Leute. Ich hab gerade einen Fähigkeitspunkt erhalten. Oh. Hier kannst du deine Fähigkeitspunkte einsetzen, um Vorteile freizuschalten. Für jedes Auto gibt es ein Set aus einzigartigem Boni. Ich bin ein Schmarrmann. Du kannst deine Fähigkeitspunkte für jedes deiner Autos ausgeben. Um diesen Vorteil freizuschalten, musst du erst einen der benachbarten Vorteile freischalten. 1A. Ich dachte, ich hab noch einen. Oh, krasser Drift. Ich hab hier ein paar Anfragen für einen talentierten Fahrer. Willst du sie dir mal ansehen? Meine Freundin Carmen will in der Gegend Fotos von ein paar Stürmen schießen und hat nach einem starken Offroad-Fahrer gefragt. Okay. Und Alejandra will, dass sie jemand auf der Suche nach einem verlorenen Wurtscho chauffiert. Wir haben vor der nächsten... So, Leute, ich bin hier gerade im Menü gegangen. Und ich hab hier gesehen, ich krieg 42 Autos, 34 neue Autos pro Woche und 8 Formelare Drift-Autos. Mal mal fortfahren. Ich warte, das geht mal hier. Hab ich. Ich hab dieses Premium. Ich hab Autos. Vorpark. Ah, hier. Du hast ein weiteres Auto erhalten. Zack, das ist es. Äh, wie kann ich jetzt alle Autos sehen? Ah, Autos wechseln. So. Bisher hab ich diese Autos hier. Und ich werd, äh, sicherlich noch herausfinden, wie ich die alle, äh, ausrüsten kann und so weiter. Aber hiermit würd ich einfach sagen, ich hoffe, dass ich euch das gut und gefallen werde. Also, lasst gerne ein Like da, nehmt gerne meinen Kanal, dass ihr euch nichts kennt, wenn ihr das mal verpasst. Und ich hätte dann gesagt, dass ihr es jetzt im Video und ciao. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss, tschüss.